Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind im letzten Part auf den Blumenfeldern angekommen und uns wurde geraten nach Osten zu gehen. Denn wir sollen zu irgendeiner komischen Pflanze, die... Gott, Bienen! Wir sollen zu einer Pflanze, die Bohnen und Samen sammelt und wir müssen irgendwie in den Himmel kommen, weil da ist ein neuer Bösewicht am Start. Und ja, den müssen wir wegklatschen. Alter. Ist zur Hölle. Okay, der hat fünf Schaden gemacht, ne? Diese blöde Biene. Okay, wir scannen erst mal. Einmal scannen. Das ist ein Brüssel. Brüssel sind monströse Bienen. Max. Okay, KP ist richtig, richtig gering. Aber Angriffskraft ist abnormal hoch. Wenn sie dich stechen, kann es passieren, dass du vergiftet wirst. Manchmal rufen sie auch einen Schwarm kleiner Bienen herbei, um nicht Informationen anzugreifen. Sei bloß vorsichtig. Manchmal kann dich so ein Stich auch schrumpfen lassen. Sie haben nicht viel KP, also schaltet sie so schnell wie möglich aus. Ja, hab ich schon mitbekommen. Äh, und da ich gerade ordentlich verkackt hab, was das angeht, im Schnell-Ausschalten, äh, werde ich wahrscheinlich einfach mal einen Sternsturm machen. Einfach mal so. Gott. Frame-Einbrüche des Todes. Dü-dü-dü-dü-lü. Ich bin bald Level-Up. Ich bin bald Level-Up. Ruhig blut. So. Komm da. Da kommt schon der nächste Brüssel. Oh Gott. Ey, Brüssel. Ah, die sind echt Ubel, ne? Oh Gott. Okay, aber ich bin jetzt Level-Up. Das ist das Schöne daran. Ich dürfte drauf springen können, oder? Ich mach jetzt auch acht Schaden mit einem Jump. Das ist schon nice. Äh, wie viel macht denn er? Er macht nur vier. Okay, wir sind Level-Up, Leute. Das ist schon mal geil. Und ich investiere in BP. Dü-dü-dü-dü-dü. So. Ich hab immer ein bisschen Angst gerade, irgendwie. Okay, das ist wie so eine Blume. Zack. Erstangriff. Vollkreuz. Okay. Also wir brauchen hier schon Flächenangriffe. Denke ich. Und ich glaube auch Feuerschaden wäre hier ganz nice. Ähm, und ich sollte, glaube ich, diese Vergiftung und Schlafschutz wieder mit reinnehmen. Wir haben da, glaube ich, sowas. Superbeben bringt bei Boden und Decken gegen einen schweren Schaden. Könnte ich tun. Ha. Ja. Ja. Okay. Mitglied wechseln. Ich glaube, ich nehme Sushi. Und starte den Tsunami. Ja. Ich glaube, das mache ich. Der macht sechs Schaden. Erzeugt eine Gezeitenwelle, die alle Gegner trifft. Und man muss halt so ganz komisch drücken. Oh Gott. Ja, das habe ich ja kackt. Da bin ich wieder aus der Übung. Shit. Ich hoffe, ich mache genug Schaden. Ja, ist okay. Ist okay. Hätte besser sein können, aber war okay. So, dann machen wir hier nochmal. Zack. Dann machen wir auch genug Schaden erstmal. Und die bringen immer noch ganz gute Erfahrungspunkte. Ganz gut. Ahornsirup BP. Ja, das nehmen wir mit. Sehr schön. Und dann geht es nach rechts weiter. Hier hochklettern. Oh Gott. Alter, diese Bienen, die sind so eklig. Die sind echt eklig. Jedes Mal fünf Schaden, ne? Krass. Also ich glaube, ich brauche hier echt so eine Art Flächenangriff. Ich glaube, da muss ich den Multijub wieder mit reinnehmen. Bamm. Fünf Schaden. Ist gut. Ja, ich glaube, Orden-mäßig muss ich mich ein bisschen besser ausstatten jetzt wieder. Mann. Okay, warte mal. Was habe ich denn gerade am Start? Alle Orden. Die aktiven Orden. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen? Also, ganz ehrlich. Das habe ich jetzt gar nicht geschafft die ganze Zeit. Ich glaube, den werde ich erst mal raustun. Ähm. Und das vielleicht auch noch? Und dann mache ich auf jeden Fall den Multijump rein. Ich habe doch einen Orden, dass ich nicht mehr von Ersttreffern getroffen werden kann. Zahltag. Hier mehr Schaden. Spion daneben. Verhindert das? Ah, hier. Ja, komm. Ich tue den Vermeider wieder mit rein. Ich hoffe, damit werde ich jetzt ein bisschen besser laufen. Und die Maulwurfs. Die Musik, ey. So, erstmal Sternensplitter. Das ist wichtig. Alter, sind die nervig. Aber ich muss den doch bestimmt auf den Kopf hauen, oder? Äh. Leiste mir für eine Sekunde dein Ohr. Dann hör meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Und jetzt graben sich auch noch diese Maulwurfs in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Oh, weh mir. Meine einzige artige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr. Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwurfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwurfe ich meine, ich spreche über... Diesen Kerl. Und den Deppen da. Dann auch diesen Störenfried. Und jene garstige Kreatur. Der Kerl ist... Ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Bitte lassen Sie mich im Stich... Äh, nicht im Stich. Meine Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. Okay, der ist es. Das ist der Chaot. Der lenkt die. Meine Vermutung. Keine Ahnung. Okay. Jetzt sind sie blind. Jo, jetzt brauchen wir sie viel länger. Der hat ihnen zugeflüstert. Der hat uns beobachtet quasi. Oh Gott. Ich glaube, die halten gut was aus. Ich... Ich... werde die erstmal wieder scannen. Monty-Maulwurf. Das ist ein Monty-Maulwurf. Wie hießen denn die anderen? Du erinnerst dich doch daran, dass wir sie schon mal im Klippenberg gesehen haben. 12 KP. Sie sind bösartige Felsenwerfer. Sie sehen zwar einschüchternd aus, aber eigentlich sind sie nicht so stark. Eigentlich. Sternensturm. Let's go. Dann ist der eine wenigstens schon mal tot. Ach Leute, ich brauche ein Schluck Kaffee. Viel besser. So. Gut, das kann ich mir nix wieder gut blocken. Das geht gut zu blocken. Ähm... M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Der Superbeben ist jetzt dafür lame, glaube ich. Ich mache nochmal einen Sprung. Oh. Ja, Angriffskraft wird verdoppelt. Das ist jetzt leider sinnlos. So, und da... Mitglied wechseln. Und da wechsle ich auf Sushi. Su-hu-hu-hu-hu-hu-Shi. Dann mache ich nochmal einen Bauchplatscher. Bum. Ja, okay. Also stark sind sie jetzt nicht unbedingt. Eher nervig. Ja. Okay, das sind jetzt sogar vier. Also da hole ich auf jeden Fall den Tsunami raus. Bum. 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 Alle Gegner. Let's go. War ein bisschen besser als vorhin. Also ich glaube so sechs Schaden werde ich machen. Ja. Okay. Und dann machen wir einfach noch... Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich hoffe. Ja. Auch genau sechs Schaden. Alles klar. Da haben wir sie weggezwirbelt. Und wir kriegen wieder gute Erfahrungspunkte. BP lassen als Wünschen übrig. Die gehen langsam wieder down. Aber hey. Kriegen wir schon alles hin? So, das sind nur zwei. Das sind jetzt nur zwei. Die jump ich weg. Oder... Wie viel mache ich jetzt mit einem aufgeladenen Hammerangriff? Acht Schaden. Okay. Also kann ich auch zweimal drauf springen. Oder halt einmal mit dem Hammer zuhauen. Das ist derselbe Effekt. Äh. Mit Glied wechseln. Buh? Ich glaube, Buh macht mittlerweile mit einer Ohrfeige gut Schaden, oder? Äh. Sechs Schaden. Okay. Ja. Aber die sind wenigstens leicht abzuwehren. Also da gehe ich mit. Die sind... Die sind nette Gegner. In der Hoffnung, dass die vielleicht öfter kommen. Mit denen kann ich leben auf jeden Fall. Du 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 du. Okay. So. Und der letzte auch noch bitte. Oh. Oh. Ein paar Bären. Die kann ich dann mal konsumieren. Hi. Nicht wegrennen, Junge. Okay. Ach, der ist alleine. Dann tschüss, mein Freund. Du 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 du. Oh. Haben wir doch schon wieder 33 Erfahrungspunkte. So. Sie ist wieder fröhlich. Haben wir hier noch irgendwas anderes. Es geht weiter nach rechts. Das sind auch schon wieder so riesige Felder, ne? Also riesige Ebenen. Oh. Jippie. Hurra. Hurra. Ja. Hochzupel. Sie haben die Monty Mallorca vertrieben. Oh. Vielen herzlichen Dank. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, sollen sie diese... Zauberbohnen haben. Hier bitte sehr. Eine Bohnen, die du so schnell wie möglich einpflanzen solltest. Mhm. Hm. Ja, mein Name ist Petunia. Man nennt mich auch den Samenmaniac. Er freut sich kennenzulernen. Tja. Wegen der Zauberbohnen, die ich im GGL gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass das sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie sie nicht in zum Beispiel lockerer Erde und gießen Sie sie nicht mit Zauberwasser. Ich will nicht, dass ein Trieb aus meiner süßen kleinen Bohne sprießt. Nein. Okay. Wenn das sein Wunsch ist. Oh. Hä? Ach. Im Brunnen? Also ich werde es mal ganz kurz was konsumieren. Und zwar... Zack. Davon ein bisschen. Einfach mal wieder so ein bisschen auffrischen. Ein bisschen Ahornsirup. So. Und dann jumpen wir da mal. Was? Okay. Er wirft denn seinen Müll in meine Quelle. Wer immer das auch sein mag. Du verdienst dies für deine Unverfrorenheit. Oh Gott. Zum Glück kein Ersttreffer mehr. So lustig. Okay. Mit dem richtigen Timing. Machen wir jetzt vier Schaden. So sind noch mal vier Sternpunkte. Ein Brunnen. Jetzt darf ich ja nichts mehr reinwerfen. Ob da später jemand drin sitzt? Hier ist alles abgefällt, ey. Okay. Da wären wir jetzt durch. Mh... Alter, die sind auch schnell. Okay. Mh, 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 mh. Aber ich glaube, das war so die richtige Entscheidung. Den Ersttreffer da rauszumachen. Weil die machen halt fünf Schaden. Das ist schon übel. Und, äh... Ja. Quasi alles auf Angriff zu setzen. Ist da, glaube ich, die richtige Entscheidung. Könnte man auch überlegen, die Verteidigung noch rauszumachen? Ich glaube, ich würde... Mh... Obwohl. Nö, ich gehe jetzt erstmal hier noch lang. Machen wir später. Okay, hier ist was vergittert. Das sieht nicht so gesund aus. Oh, ja. Das funktioniert ja ganz gut. Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Äh... Brauche ich hier erst einen neuen... Neues Teammitglied? Ich glaube schon. Ich brauche irgendjemanden, mit denen ich höher springen kann, glaube ich. Okay, also hier komme ich erstmal nicht weiter. Könnte ich ihn eigentlich auch hauen? Nö. Schade. So, wir waren jetzt... Da waren wir auch. Hier können wir auch noch lang gehen. Ah, das sieht gut aus. Bist du ein Gegner? Ne. Guten Tag, Mario. Also es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Rechte dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Oh, sieht nicht so aus. Nun denn, das ist ja nicht Pech. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, den erlesenen Geschmack einer so kultivierten Blume wie mich zu befriedigen. Ich schätze, das übersteigt wohl deine Fähigkeiten. Leider bedeutet das, dass du hier nicht vorbei darfst. Schade. Da könnte man noch jemanden aufwerten. Ich könnte mir ja vorstellen, dass hier unser... unsere liebe Schildkröte-Kuh-Paar ziemlich gut und krass wäre. Kann ich dich nicht angreifen hier? Der sieht so böse aus. Hier auch. Hallo Fremder. Wie gefällt dir mein leuchten-rotes Blütenkleid? Ist das nicht hübsch? Wie war das? Du willst hier durch? Hahaha. Nein, tut mir leid. Auf keinen Fall. Ich kann dich hier nicht durchlassen. Obwohl, vielleicht kann ich hier eine Ausnahme machen, wenn du mir eine gute Mahlzeit bringst. Ja, wollen die diese... Diese Dinger, diese Zeile, die ich eben gefunden hatte, wollen sie die vielleicht haben? Aber gut, äh... Im nächsten Part werden wir erstmal weitermachen, Leute. Ich werde mich vielleicht mal offscreen kurz erholen und werde mir noch ein paar Items kaufen. Na, vielleicht auch nicht. Na, mal gucken. Gut, das war's auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.